Das Thema, bis jetzt hat die ÖVP es immer wieder empört abgestritten. Nein, sie habe keine 100.000 Euro von der Telekom bekommen, obwohl es ein E-Mail eines hochrangigen Telekom-Managers gibt, in dem genau das behauptet wird. Aber trotz der wochenlangen Dementis stellt sich jetzt heraus, die Telekom hat die ÖVP offenbar sehr wohl mit knapp 100.000 Euro unterstützt. Und zwar über eine Firma des bekannten Lobbyisten Peter Hochrecker. Mit dem Geld wurde offenbar ein Teil des ÖVP-Wahlkampfs von 2008 finanziert. Das hat das Magazin News jetzt herausgefunden. Es war im Jahr 2008 während des Nationalratswahlkampfes. Die ÖVP hat damals die renommierte Werbeagentur Weithaus damit beauftragt, den Jugendwahlkampf zu gestalten. Fast 94.000 Euro wurden dafür vereinbart und nach beendetem Auftrag auch in Rechnung gestellt. Überwiesen wurden von der ÖVP aber nur rund 62.000 Euro. Auf Nachfrage, wo der Rest des Geldes bleibe, soll folgendes Prozedere vorgeschlagen worden sein. White House solle doch der Hochreckerfirma Valora 96.000 Euro berechnen und die bereits überwiesenen 62.000 der ÖVP zurücküberweisen. Die Differenz zwischen den ursprünglich der ÖVP in Rechnung gestellten 93.000 und der tatsächlich von Hochrecker bezahlten 96.000 Euro solle der jungen Volkspartei gutgeschrieben werden. Ein Prozedere, das ÖVP-Generalsekretär Rauch heute so nicht bestätigen will. Das heißt, Sie können ausschließen, dass dieser Jugendwahlkampf de facto, wie Weithaus jetzt sagt, von der Firma Valora, von der Hochreckerfirma bezahlt wurde. Ich kann es Ihnen weder bestätigen noch dementieren. Faktum ist, dass wir keine Zahlungen in den Büchern haben von der Telekom und keine Zahlungen von irgendwelchen Firmen vom Herrn Hochrecker, wie zum Beispiel der Valora. Das ist Faktum. Der Agentur Weithaus jedenfalls sei das Prozedere damals nicht komisch vorgekommen, zumal die Firma Valora von Peter Hochrecker damals in der Branche hoch angesehen und in keinerlei Skandale verwickelt gewesen sei. Im Gegensatz zu heute, denn da verwundert es nicht, dass die von Valora an Weithaus überwiesenen 96.000 Euro zur Gänze von der Telekom gekommen sein sollen. Wir überprüfen das jetzt genau, gehen diesen Vorwürfen selbstverständlich im Detail nach. Aber Faktum ist, wie bereits erwähnt, es gab keine Zahlungen der Telekom oder auch von Valora oder sonst irgendwelchen Hochreckerfirmenkonglomeraten im Gegensatz zu anderen Parteien. Eines bestätigt der ÖVP-Generalsekretär heute aber auf jeden Fall. Die Optik ist alles andere als gut.